Willkommen zurück zu Leta Episode 1 Im letzten Part sind wir hier mit so einem komischen Schachtaufzug abgestürzt und sind hier noch weiter in der Mine hineingestürzt Müssen wir uns hier erstmal zurechtfinden Ah, was war denn das? Eiste Pilze oder was? So, es wäre Licht Ah, da sehe ich schon mal, dass da was brennt Da ist auch ne Leiter, aber da kommen wir im Moment nicht so eh Oh, was hinten hier Die habe ich da gar nicht gesehen Die hängen ja einfach mal in der Luft, oder? Oder eine Decke, besser gesagt Hm, was haben wir hier? Ja, hier ruht sich wahrscheinlich eh nach Hause Wahrscheinlich hat er sich so viel gesund Wer weiß So, ich stelle mal das hier erstmal ab Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu uns, weil das wäre nämlich schlecht Oder? Oh, oh, oh Ich weiß jetzt nicht, wo er ist Wo er sich befindet Ich bin hier mal Gucken, aber er läuft weiter Ich denke mal, wir müssen uns jetzt hier uns geduckt fortbewegen Ah, wie Körer Ganz schlecht Also nochmal hoch Hm, jetzt weiß ich halt nicht Wohlt hin drehen müssen Ah, jetzt scheint immer noch zu brennen Das ist schlecht, weil ich weiß nicht, wie man die Dinger hier drehen soll Ah, ah, ah Nicht so kein Hinweis irgendwo war, ne Das hier Kann man da hochdrehen? Ne Hm Hm Aber es ist kein Einfluss, wie man die drehen muss, ey Hm Das ist natürlich kacke, ey 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 Schlecht aus Schlecht aus Kann doch mal hier gucken, was ist da hier irgendwas, ne Hm Hm Das ist natürlich kacke, ey Wenn wir hier jetzt nicht vorankommen, ey Hm, 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 hm Ich weiß nicht, wie man... Ich weiß nicht, wie man... Ah, guck mal Da ist schon mal was passiert... Ah Äh Oh, fuck Wahrscheinlich müssen, ähm Alle drei Alle drei... Ja Es müssen alle drei bis Anschlag gedreht werden Hm Das ist natürlich kacke, ey 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 Mann, 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 Mann Nicht schlechter schlecht Das ist natürlich kacke, ey Das ist natürlich kacke, ja Das ist natürlich kacke, ja Sehr schön Wahrscheinlich müssen wir... Ui, das war knapp darüber Sehr schön, sehr schön Und die Ich habe jetzt irgendwas vergessen Ne Wollte schon sagen Ich habe aus Versehen mit dem Maus zu klicken Und ich, ähm Ich habe aus Versehen mit dem Maus zu klicken Das ist natürlich... Ne mit der E-Tastatur da ist schon mal zu mal fragen, was hier ist, hier sieht es nämlich doch so aus wie ein das war ein bisschen heiß ob das hier eine Mine ist, ob das ein Abwasserkanal hier ist war schwer zu sagen na komm ich hier rüber, jawohl, weil hier kann man nämlich absprechern Dokument wenn wir da rüber kommen, besser gesagt Scheiße, werd doch hier nochmal in den anderen Raum gehören Okay, dann wollen wir mal Dann machen wir das halt so Was geht jetzt hier hin Weil das sieht nämlich aus wie ein Fahrstuhl Nochmal die Tür zu Oder müssen wir hier... Ah, warte mal Ah Wie... Mal doch so machen... Wie kommen wir jetzt am besten hier runter Ein bisschen hoch, oder? Ach komm, probieren wir mal... Hui... Ich hab beinahe gedacht, ey, dass das jetzt so hoch war Hm... Ach so, schade Äh... Komm mal, der darf bitteschön hin Das ist doch zu weit, oder? Ja... Ui... Alter, ich hab keine Ahnung, wo wir uns hier befinden, ey Scheint der wirklich... mehrere Wege zu gehen Ähm... Klo zum Kacken Und der pistatet... Tatsächlich... Ähm... Ey, ich warte nicht... Oh... Oh... Komm mal hier mal ein bisschen... Warte, scheint der andere Raum zu sein, wo hätte man hier rüberspringen können, ne? Ja... 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 Und das mal hierher kommen... Also können wir... Wie lang genau... Wie lang genau... Na, komm her... Hm, das ist natürlich schlecht... Das nehme ich zu... Das ist natürlich super schlecht... Hm... Und da kommen wir erst gar nicht durch, ey... Oh... Fuck, ey... Ähm... Können wir die hier bewegen, ne? Psspspspspspspspspspsps... Nix, was ich hier sehe... Aber da noch mehr zurück... Das... Das wäre totaler Quatsch, ey... Kann ich mir nicht vorstellen... Haben wir hier irgendwo die was sehen? Äh... Aber warum sollten wir da lang? Das ist doch Quatsch... Warte, das ist Blödsinn... Wie lang... Oder ist das ein ganz anderer Weg? Äh... Das kann natürlich auch sein... Ist ein anderer Weg... Äh... Das hätte ich jetzt nicht gedacht... Äh... Da könnte man... Oh noch lang... Aber wir gehen mal hier lang... Mann, Alter... Verwirrt ja hier ein bisschen, ey... Weil das so... Krass ähnlich war, ey... Hätte ich nicht gedacht, ey... Ich hab immer noch keine Ahnung... Wo wir hier... Auskommen... Wo wir hin müssen... Ich hab keine Ahnung, ey... Mötchen... Das... das ist nicht... Ich hab keine Ahnung... Stanker Und los jetzt Noch tiefer ey Mensch Wir sind ja fast in der Katakbombe hier ey Dann Na komm mal ruf die Hütte Danke schön Wann aber zum fressen so Archiv Archiv ist zu ok würde ich sagen machen wir hier erstmal ein kleines Peuchsszen und sehen uns dann auf jeden Fall in den nächsten Part wieder, also haut da rein bis dann